Hello785 ist back in action, ja, und da sind alles hässlige Menschen und denen werden wir jetzt gleich mal eins ins Gesicht hauen, indem wir an ihnen vorbeifahren. Multikill. Da darf ich mich prügeln. BAM. Boom. Zack. Multicombo ins Gesicht. Verdammt, hab ich den Combo vermagd. Wir müssen mal aus dem Licht. Und noch ein... Neuner, komm. Ah, keine Massenschläge, weil ich muss in die Villa. Also muss ich... ...nach draußen. So, alles wieder zurück, dort wo ich eigentlich letztes Mal war. Was ist denn jetzt die Cash in die Villa? Fachen wir das doch. Och, da haben wir den Wund. Auf jetzt, Batman, ich hab keine Zeit. Wir sind hier in Stress, indem ich einmal erfolglos die ganze Zeit an den falschen Ort gelaufen bin. Muss ich jetzt jetzt wieder gut machen. Gut machen. Oh, ein Bordspiel. Oh nein, das war nicht. Gibt's ja zu. Aber... Es musste sein. Und hoch da, Batman. Hier sind diese Pilze. Wir sind zurück in die Villa. Zum Mr. Cash. Denn der weiß, wo Killer Croc, alias Waylon Jones, festgehalten wird. Schledermaus, wir haben den Strom angestellt. Du bist da gefangen. Ich bin gar nicht. Was macht er? Er hat den Weg gefunden. Ich kann ihn ins Wasser knallen. Ich kann ihn ins Wasser knallen. Oh, das geht doch nicht. Sonst hätte ich ihn umbringen können. Weil in Arkham City kann man Leute, wenn man weiss wie, auch umbringen, indem wir ins Wasser fahren. Ich bin sicher, es waren wir von euch da unten. Ich komme unter mir durch. Außer der. Bleib stehen und ist mein nächstes Opfer. Was machst du da? Ficken, ich habe den verpasst. Vielleicht kommt der. Nein, der kommt auch nicht unter mir durch. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Nein, er ist zu weit um. Schaden. Okay, das geht schnell, dieser Raum. Nein, die sind schwächlich. Die sind echt, die sind echt schwächlich. Ich könnte jetzt auch drei, oh, ich habe sogar einen Schallbatterin. Wollen wir den mal einsetzen? Ich nehme die Tür! Geht denn keiner das Ding ab? Mann, dann gehe ich eben! Was zum Teufel ist das? Verdammt, Batman legt sich mit uns an! Nur um die Tür! Man kann es ja auch so ein bisschen wegloppen, die hästlichen Köpfe, dass sie sich dazu entscheiden, dem Schallbatterin nachzulaufen. Keine Sorge, Jungs! Ihr könnt es schaffen! Er hat keine Chance! Läufst du gerade aus oder läufst du zu mir? Du läufst. Dann nehme ich, dass es nix ist. Dann geh von mir runter! Schwerf ab! Aaaaaah! Und das war ja einfach. Hier drüben ist jemand aufgeknüpft! Ehm, 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 Ehm! Vielleicht schaffe ich jetzt noch von der Leiter weg. Nein, nein, nein. Wenn er die Leiter hochkommt, kriegt er den Batarang in. Ich habe dir was gehört! Ehm, und gute Nacht! Oh, ich spiele gerne mit Chokers. Mit dem... Die sind so leicht zu besiegen. Ja, das macht doch Spaß. Ich kriege einen Upbreak. Schallbelderang, äh, möglichen Werfen, eine Detonation, die Selbstmordmanschette eines Gegners in der Nähe überlädt und die sind auch schon die Reststörungen an diesem Abfindens, dass weitere schon benutzt werden können. Multifrequenz kann in beliebiger Reihenfolge gezündet werden, dies ermöglicht wiederum weiter zur Technischen. Deskriptionen, Reichweite, dann kann man weiter, dann kann man hier nämlich auch ein Rätsel noch lösen. Weil ich jetzt natürlich weiß, das Rätsel... Ich will ihn tot! Ich will nicht, dass er wieder meine Babys verlässt! Unglaublich, dass du gerade eigentlich weiß, dass wir ganz gewass hast! Sie sah so traurig aus! Ich habe ja ein wenig Titan gegeben! Oh, ich muss sagen, die Ergebnisse sind etwas anders! Soll ich ihr noch eine geben? Ich glaube, sie will enden! Ah! Sie werden dich nicht auf so ein, die, voran, die, bringen! Ja, ich gesagt habe, ich habe eine 10 Meter hohe Killer-Pflanze gehofft! Aber man bekommt nicht immer, was man will! Okay, das ist jetzt ein bisschen zu über... Oh! Ähm, ja! Titan muss auf Ivy eine andere Wirkung haben. Ihre Pflanzen wachsen. Bald sind sie nicht mehr kontrollierbar. Deswegen war ich auch nicht dafür, dass man hier mit komischem Dünger rum experimentiert. Herr Gollum? Die Hülse enthält ähnliche Sporen wie die, die Ivy letztes Jahr bei ihrem Angriff auf Gotham verwendet hat. Jetzt habe ich Gollum und Pflanzen. Mann, ist das ekelig. Ich mache zum richtigen Weg. Mit hässlichen Pflanzen und Gollum. Ach, Mann, Gollum. Wenn ich was... Wenn ich was brauche, gerade... Da oben ist es noch ein... Ich habe mich nicht mehr auf... Ich habe ihn vergessen. Dreckspflanze. Kommt Gollum rüber? Nein, kommen wir nicht. Ich nehme mich hier dran vorbei. Nein, komme ich nicht. Nehmen wir halt über das Dach rein. Batman kann ja alles. Deswegen ist das auch kein Problem für uns. Und durch die Tür. Reingeht's. Uns vergnügen. Oh Gott. Pero Moon. Keine schöne Sache. Soll es geben, ne? Rege aber nicht. Finde ich nicht schön. Ja. Ah, danke. Das ist das gleich für mich erledigt, dass ich das nicht suchen muss. Oh, wie könnte ich doch... Wenn ich denn hier durchkommen, bin ich hier überhaupt richtig? Ah. Frickelig ist das. Einfach nur frickelig. Oh. Und ich habe ich schon gefunden. Klopp. War schon richtig da drüben, oder? Frickelig ist das alles. Einfach nur frickelig. Weil ich auch kein Schwein weiß, wo man hingehen soll. Ah. Einfach hier rüber. Und dann... Nein. Kann ich hier rüber? Kann ich hier rüber? Kann man ja mal schreien. Nein. Du bist doch der größte Fickkopf, den es gibt, Batman. Müsste doch einfacher gehen. Aber er macht nicht das, was ich gerne möchte, was er... und dann geht er wieder runter. Und dann geht er wieder runter. Ich hasse ihn. Dreckskopf. Hast du verdient, von Pheromonen zerstört zu werden. Angegen, aber sicher kann ich Ivy verstehen. macht mich auch schon wieder aggressiv, Oh, jetzt aber. Mega lag. An sei dir, Kacke. Cash? Batman! Ich dachte mir schon, dass du kommst. Was hat das mit den Pflanzen auf sich? Das ist kompliziert. Lass mich raten, Poison Ivy. Sie hat sich mit Joker verbündet. Alles, was zählt, ist, dass ich verhindern kann, dass die Pflanzen die Insel übernehmen. Aber... Es gibt immer ein Aber. Oder? Wo halten Sie Killer, Kroc? Ich habe eine Tür in der Kanalisation gefunden, aber sie ist verschlossen. Das Monster hat seine eigene Spezialzelle. Sie liegt genau unter dem Transferraum in der Intensivbehandlung. Der Fahrstuhl geht bis zu einem alten Abwasserrohr. Wir werfen nur jeden Tag Fleisch da rein und versuchen, ihn zu vergessen. Es ist abgeschlossen. Mehr Sicherheitsleute als beim Joker. Ohne Erlaubnis des Anstaltsleiters kommst du da nicht rein. Er hat die Codes. Danke, Cash. Bleiben Sie hier und nähern Sie sich nicht den Pflanzen. Sie bringen sie um. Nein, nochmal vergaß das ganz was Neues. Ja, jetzt müsste ich nur noch wissen, wo ich hingehen soll. Dann müssen wir halt wahrscheinlich wieder alles zurück, intensiv behandeln. Dort, wo viele Menschen, die ich aus dem Privatleben kenne, gut aufgehoben werden. Wehe, du kletterst jetzt runter. Sonst gibt es Schläge. Kack, man. Gehen wir hier wieder durch. Gleich geduckt bleiben. Oh, jetzt haben wir es aber raus. Dass er mit einer Hand von Marx ein ganzes Gewicht zu tragen, ist schon hier wieder mal gezeigt, dass das, wie gesagt, Batman nicht sehr logisch ist. Da kann man wieder eine Massenkarambolage machen. Nicht Karambolage, Massenfight, meine ich. Karambolage, ich glaube so. Hier oben ist noch was. Böse Pflanzen. Nein. Jetzt da wir, glaube ich, doch, dass Krypto-Ionen-Dingsbums-Erweiterung haben. Ach, wir können hier sowieso schon jetzt rein. Ich kann mal wieder zeigen, dass ich es nicht kann. So. So. Was ist denn hier drin? Tonband? Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Dirk? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Dirk. Ich habe eine Freundin. Dr. Kunzer, ich weiß. Ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin da schon. Egal. Ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Dirk. So leicht geht das nicht. Da müssen sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Hören Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Hahaha, er ist einfach der Geist. Ich liebe Joker. Neben dem, das Edward. Ah, da bin ich jetzt mal ein bisschen schneller unterwegs. Und diese blöde Pflanze. Ja, bevor... Ach, genau das wollte ich bei ihm. Ich bin nicht. Trifft, bevor ich eh bereit dafür war. Nein, hässlichen Drecksköpfe. Ich weiss schon, dass er verkleidet sei. Geh mir aus dem Licht. Vielleicht schaffe ich jetzt mal eine Combo zu Ende zu bringen. Nein, ich habe da wieder... Das wird ihn verletzten. Das ist immer zu weit weg, der Hässliche, wenn ich ploppe. Und jetzt... Ach, recken, du Ritzer. Und dann nachdenken. Nachdenken steht die Widers viel besser. Muss ich ehrlich sagen. Das schaffe ich viel mehr. Da kommen wir aus. Da war ein Scharfschützer auf dem Dach. Wenn der da raufgekommen ist, schaffe ich ihn. Sniper. Das ist ein Scharfschützer auf dem Dach. Wie ist denn der da raufgekommen? Ah, jetzt checke ich's. Ich habe eine Idee. Endlich mal eine konstruktive Idee. Ich muss nur hoffen, dass er nicht gerade auf mich... Ich gerade dorthin zielt. Jetzt knall ich ihm den Bat-Rang ins Gesicht. Schnell sein. Schnell sein. Schnell sein. Oh, Mann, was macht der denn? Oh, ich hasse ihn. Drecks Batman. Oh, Mann. Na toll. Jetzt hat er mich. Ich bin ich. Jetzt kriege ich das Dreck. Ich komme. Ausbesuch. So. Das kaputt. Das kaputt. Dann sehen wir uns im nächsten Paar. Auf Wiedersehen.